Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video mit mir, Teil 3 von meiner Serie Wie änderst du dein Leben? Ich habe euch auch nochmal Teil 1 und 2 verlinkt. Teil 1 war, wo ist deine Bremse? Warum bewegst du dich nicht in eine andere Richtung? Jetzt mal grob gesagt, Teil 2 war auch so ein bisschen diese Entscheidung, woher kommt so mein Impuls, mich gut oder schlecht zu entscheiden für mein Leben? Bin ich es mir wert? Und jetzt in diesem Video geht es darum, wie setzt ihr überhaupt um, was ihr erreichen wollt? Ich nehme mal ganz gerne mal ein Beispiel, damit man es sich besser vorstellen kann. Ich bin jetzt eine Angestellte und ich würde sehr gerne mein persönliches Geschäft aufbauen, mein eigenes Business aufbauen, neben meinem Hauptjob. Und wie gehe ich das an, dass das funktioniert? So, ich habe ja schon die Entscheidung getroffen, dass ich das gerne möchte. Jetzt ist ganz wichtig, ich muss mir ein Ziel setzen. Also Nummer 1, schreibt euch auf, Ziel. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir eure Ziele mal in die Kommentare. Mal gucken, was wir alles zusammenkriegen. Also, dein Ziel ist ganz wichtig und das kann dir auch keiner wegnehmen, weil es ist dein Ziel, das musst du selber entscheiden. Also, du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und zu jemand anderem sagen, sag mir doch mal ein Ziel, sondern das muss dein Ziel sein, weil es muss wirklich in dir brennen. Wenn dein Ziel nicht brennt, dann wirst du dafür nicht rennen. So, und deswegen ist auch ganz wichtig, setz dir dein Ziel, okay, denk dir mal irgendein Ziel aus. Zum Beispiel, wie hoch soll dein Umsatz in einem Monat sein oder wie schnell willst du dir dein eigenes Geschäft aufbauen oder gibt es vielleicht irgendeine Reise, die du dir erarbeiten möchtest, setz dir ein Ziel. So, und jetzt setzt du dir das Ziel bitte nochmal ein bisschen höher. Weil, und das finde ich einen super hilfreichen Tipp, den ich damals bekommen habe, da hat jemand zu mir gesagt, Lola, wenn du hier stehst und da ist dein Ziel und dann kommt ein Hindernis, das ist so groß, dann siehst du dein Ziel nicht mehr. Und dann saß ich da und der Frau, das war wirklich genial, habe ich ihr zugehört und dachte mir, wow, ja klar. Und deswegen hat sie gesagt, deswegen muss dein Ziel so groß sein und wenn dann so ein Hindernis kommt, dann siehst du darüber immer noch dein Ziel. Und deswegen setzt dir dein Ziel höher, als du es eigentlich erreichen möchtest. Weil du kommst sowieso nur voran. So oder so. Ob du jetzt das hohe Ziel erreichst oder nur das etwas Kleineres, ja egal. Du bist vorangekommen, aber du darfst dein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen muss das Ziel etwas sein, vor dem du Angst hast, wo du denkst, aha, schaffe ich das? Das muss etwas sein, was du nicht leicht hinkriegst. Das muss richtig brennen, das muss schwer sein, du musst dafür richtig arbeiten, dass du das erreichst. Okay, du hast dir dein Ziel gesteckt. Jetzt kommt Part 2. Du musst einen Plan haben. Und da ist mein Tipp, egal in welchem Business du dir etwas aufbauen möchtest, such dir Gleichgesinnte. Such dir einen Powerpartner, mit dem du gemeinsam einen Plan erarbeitest, weil der ist auch in deiner Situation. Such dir also jemanden, der wirklich genau auf deiner Höhe ist, genau auf dem Level und dann macht gemeinsam einen Plan. Jeder für sich, aber halt zusammen sitzen und planen, Pläne schmieden, Ideen austauschen. Eine ganz kluge Frau hat mal gesagt, wenn ich eine Idee habe und du hast eine und wir erzählen uns die Idee gegenseitig, dann hat jeder von uns zwei. Und so musst du arbeiten. Such dir eine Community, Netzwerke. Guck, dass du einfach wirklich Leute hast in deinem Umfeld, die auch vorankommen wollen, vielleicht sogar praktischerweise in dem gleichen Bereich. Dann könnt ihr euch gegenseitig motivieren und pushen. Mach einen Plan, wie du das erreichen kannst. Und auch nochmal ein ziemlich cooler Spruch, ich haue in diesem Video heute irgendwelche Zitate raus, die ich irgendwann mal gehört habe. Du kannst auch einen Elefanten essen, nur Stück für Stück. Also das bedeutet, dein riesengroßes Ziel musst du in kleine Etappen runterbrechen und das auf deinen Plan anwenden. Das heißt, du musst jetzt keinen Plan machen, ich möchte einen Umsatz von 200.000 Euro im Monat haben. Du musst einen Plan machen, okay, was brauche ich für 200.000 Euro, wie viele Kunden, wie viele Termine. Brech dir das runter, dass du dir auch mal so einen Überblick verschaffst, was muss ich dafür tun, um mein Ziel zu erreichen. Plane. Plane sorgfältig, plane gut. Werf deinen Plan wieder um, mach einen neuen. Guck, wie der erste Plan funktioniert hat, mach einen neuen. Also du kannst dich da weiterentwickeln, bleib nicht stehen. Du kannst dich immer wieder mit anderen austauschen, die nach ihrem Plan fragen, deinen nochmal kritisch überprüfen. Aber was halt ganz wichtig ist, du musst das alles aufs Papier bringen. Ob du jetzt ein Handy-Mensch bist oder ich bin so ein Zettel-Mensch, ich finde das immer viel schöner, weil bei mir persönlich verinnerlicht sich das stärker, wenn ich es mit der Hand geschrieben habe. Deswegen bin ich so ein Auf-Zettel-Schreib-Mensch und plane einfach sehr, sehr gut das, was du erreichen möchtest. Und jetzt kommt Punkt 3 und der ist total wichtig, weil sonst passiert gar nichts, dann bleibst du nur in der Theorie. Und zwar, du musst tun, du musst dich bewegen. Setz dich in Bewegung und setz deinen Plan um. Und da kann ich dir wirklich nur sagen, trete dir in den Arsch. Du musst deine eigenen Hummeln im Hintern sein und versuche dir das beizubringen. Am Anfang ist es schwer, das ist klar. Das will ich gar nicht irgendwie beschönigen. Am Anfang denkst du, ach nee, kein Bock und ach nee, das Telefon hat Stacheln, ich will nicht, voll blöd. Ja klar, das ging uns allen so. Und dann irgendwann fängst du an, okay, ich probiere es jetzt einmal, ich probiere es zweimal. Dann hast du das erste Erfolgserlebnis. Dann merkst du, ah, jetzt hatte ich schon meinen ersten Umsatz oder meinen ersten Kunden. Oder ich habe jetzt, keine Ahnung, das und das gelernt daraus, weil vielleicht jemand Nein gesagt hat. Und du hast dir dann überlegt, warum hat der Nein gesagt? Habe ich vielleicht eine Information vergessen? Und dann reflektierst du wieder. Du fängst so ein bisschen an, auch damit zu spielen und zu jonglieren, was dein Weg ist, dich für dein Geschäft in Bewegung zu setzen. Und das ist das Wichtige. Du musst tun, du musst dich in Bewegung setzen, weil du kannst nicht ein Ziel haben, einen Plan machen und dann, ohne dass du es wirklich mit aller Gewalt versucht hast, sagen, hat nicht funktioniert. So läuft es nicht. Du musst dich richtig anstrengen, du musst dich richtig dazu zwingen am Anfang, dich daran zu gewöhnen. Weil Menschen sind Gewohnheitstiere. Und in dem Moment, wo du was tust, was du nicht gewöhnt bist, bist du außerhalb deiner Komfortzone. Aber genau da sollst du ja auch hin. Weil ohne, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst, entwickelst du dich auch nicht weiter. Also kommst du nicht voran. Und deswegen musst du jetzt, wenn du deinen Plan fertig hast, mach dir wirklich mal eine Liste, schreib Ziel, schreib deine Ziele auf, dann zweitens Plan, dann machst du einen Zettel oder einen großen A2-Zettel, vielleicht sogar mit einem Wochenplan, an welchem Wochentag du was machen möchtest, mach dir To-Do-Listen. Versuch wirklich auch so ein bisschen diesen Spaß daran zu finden und dann kommt diese Dynamik. Entwickel eine Dynamik in deinem Geschäft oder in deinem Vorhaben und dann tu, tu wirklich was. Wenn du merkst, du sackst wieder ab und hast nichts getan oder es hat mal was nicht funktioniert und du ziehst den Kopf ein, such dir einen Power-Partner, mit dem du dich gegenseitig austauschen kannst, wo ihr euch motivieren könnt, wo ihr sagen könnt, ah, das hat nicht so gut funktioniert, aber so und so hat super funktioniert. Weil so lernst du dazu und dann funktioniert's. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, Teil 4 geht jetzt um auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt in deiner Entwicklung, weil wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, wir haben Plan gemacht, wir haben getan und was dann bei vielen passiert, die hatten Erfolgserlebnisse, die sind immer gewachsen und gewachsen und eines Tages kam der Moment, wo sie nicht mehr beständig waren. Und in Teil 4 dieser Videoreihe spreche ich darüber, was du tun kannst, um das zu verhindern, dass deine Beständigkeit irgendwann flöten geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen, danke, dass du eingeschaltet hast, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, wenn du Ideen hast, Fragen über irgendwelche Themen, wenn du denkst, das wäre ein cooles Videothema, mit dem ich mich mal befassen könnte, schreib's mir. Ciao! Ganz wichtigen Punkt in deiner Entwicklung, weil wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, wir haben Plan gemacht, wir haben getan und was dann bei vielen passiert, die hatten Erfolgserlebnisse, die sind immer gewachsen und gewachsen und eines Tages kam der Moment, wo sie nicht mehr beständig waren. Und in Teil 4 dieser Videoreihe spreche ich darüber, was du tun kannst, um das zu verhindern, dass deine Beständigkeit irgendwann flöten geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen, danke, dass du eingeschaltet hast, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, wenn du Ideen hast, Fragen über irgendwelche Themen, wenn du denkst, das wäre ein cooles Videothema, mit dem ich mich mal befassen könnte, schreib's mir. Ciao!